so ist es zu gewandt durch und er hat sich daher nicht auf jeden Fall nur er hat sich um das was mich gerade mit dem stein abgeworfen Prozent ne vorab die Schöße gerade im steinig steinig auf gekriegt das war es vielleicht haben wir noch was dazu gehört und es soll den stein schmeißen er erhältlich das Leben wird in den Punkten ja obwohl das ist so oft zu doof und zu passen nochmals reinhängt so und so hast du in deinem Inventar hast du zwei Steine was brauche ich in meinem Inventar hast du in den Tarso rechstet als Flaschen die auf den Namen und zu hören die Kürz die müssen rechts in den Bezug auf so ist es ein paar Zähne mit so und Prozent Prozent ein Brot auf der Költe nach so Koppel was soll ich zu machen auch so noch nicht schulden um zu sehen aus uns aufhören auch vor allem hier an und drei Stück 3 Mulde kommt jetzt habe ich jetzt ich habe es und ich würde mir viel mehr fertig war und das war es was ich steinchen ja 21 und dann kommt da noch eine zweite hier oben drauf denn wenn wir durch sind also denkmal es kann vielleicht noch 300 steinchen maximal und dann kann man ja ein paar steinchen sammeln und dann sozusagen alles selber rein beiseite legen oder sowas ja und 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 was und was ich bin auch gerade draußen und 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 machen nach vier Stück hab ich hinten schon nur so kurz rein aber ich denke mal dass ich nachher wahrscheinlich viel großen Lagerfeuer machen pro Ecke 1,5 mal oder weiter mit dem Nachhinein die zurück übernachtsbohr die Sitz das ist das möchte ich durch also gilt auch schon und bei mir bei mir hier drin auch noch stunden haben zu jener gefühlt ist auch Prozent sie 8 denn er ist oft der einseitig das ist klar Mal gucken, wie weit sie reinkommen. Hinten kommen die noch rein, Mark, das ist es ja. Oh, schuss, das ist es ja. Hinten, genau, diesmal noch trotzum. Ich bin im Haus. So, wir haben noch mal kurz plattgemacht. Also, sie kommen hier nämlich noch einmal. Das noch einmal. Dann einschmeiß ich mal in den zwei rein. Und den anderen sind draußen. So. Töte zu. Weil nachher kriege ich mir den ganzen Knochen, wie es so fach... ...und falls man noch den Knochen bauen will oder sowas. Hm? Komm, hau ab da hinten, damit wir auch gesprungen, gesprungen, gestört schlafen können. Noch weiter, noch weiter, noch weiter. Ähm, probier ich mal. Ich komm. Oh, es ist da, das ist hier. Wir sind jetzt da weg, ne? Wir sind jetzt da weg, ne? Ja. Wir sind jetzt da weg, ne? Ja. Falls es was trinken muss hier in der, äh, äh, Schildkröten-Dingsbums, ist noch was drin, ne? Ja. Ja. Ops. So, dann haben wir die eine Seite hinten rechts auch gleich fertig. So, jetzt fehlt noch die eine Ecke da oben. Ah, am Flugzeug sind die meisten Steine, unfassbar. Ah, endlich, die Mauer ist fertig, Gott sei Dank. So, jetzt. So, jetzt. Jetzt brauchen wir noch 26 Stickies für die Behälter zum Reinwerf. So. 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 st durch den Job und das sind er weiß ich vieler als Kammer einpassen okay es ist komplett voll nicht und zum Beispiel auch stecker hier genau 1 2 6 die Städte und ein kurzer holz und feierer der Kreuzer Knochen und Prozent weil wir es sind das kann man so gut in dem Dorf guck mal ob da irgendwas schönes ist Ach, das wollte ich schon sagen. Jetzt habe ich ein paar Bärchen geklaut. Steine brauche ich nicht, das ist ja schon voll. Ich habe ein paar Bärchen geklaut. Ich habe ein paar Bärchen geklaut.